Spiele, spielerisch reingehen, gell? Ja, sie kämpfen. Aber irgendwann wird er schneller, dann wird er aggressiver. Wenn die Handeln dann größer sind, dann sind sie nicht mehr so ohne, gell? Ah, und da kommt der Katz. Du Pätschern, oder? Du bist Pätschern? Oder tust du Fote? Bitte streichel sie mir die Katze einmal. Bitte einmal streicheln. Komm her, komm her. Lass dich einmal streichen. Ja, komm her. Du hast dich so lange streichen lassen, jetzt auf einmal ist es verrückt. Irgendwann kommen sie. Ja, ja. Vier Jahre habe ich dich. Du hast dich vier Jahre nicht streichen lassen. Jetzt ist es der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn jetzt, wenn wir damit gehen. Du? Du kannst ihn? Du kannst ihn nicht weg. Du bist der Wahnsinn. Du bist der Wahnsinn. Er ist der Wahnsinn. Der kleine Streichelzug.